Und weiter geht's mit dem, es ist zu warm zum Schlafen, Run. Das letzte Mal bin ich hier vom Bus stehen geblieben, den guck ich mir jetzt an, wenn ich mal in mein Fenster reinklicke, natürlich. Das ist jetzt bestimmt irgendwie so ein Troll. Bloat, Piep, Monstro 2, keine Ahnung, irgendwie sowas. Oh nein, Chubby. Na, der geht ja noch, ich hab auch genug Bomben, wenn ich die einigermaßen platziere. Oh Gott. Nein, nein. Hier, friss die Bombe, friss die Bombe, du liebst die Bomben. Wow, richtig effektiv. Na, komm, chop, 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 chop. Nein, äh, Gott. Nein. Na, er starb einfach. Dann, Chubby ist schon mal weg. Wow, ich hab alles nur mit Bomben gemacht, einen Löffel. Hm. Krampus? Mhm. Wie merkt es sich das hier? Wow. Aber wenigstens ist er schon fast tot. Mhm. Ach, das hatte ich noch gar nicht. Ich hatte Krampus schon. Oder bin ich das letzte Mal gestorben? Na gut. Hm. Hm, erst mal Atemraum, würde ich sagen. Gut, ihr seid keine Gefahr. Rollt euch ihn um die Abgründe. Dass ich euch mal treffen würde, das wäre ganz toll. Und mehr Geld zeichnet uns ja... Wow. Oh Gott. Oh Gott. Nein, bitte. Au. Was? Hatte ich so eine Kombo überhaupt schon? Die Swalker-Viecher plus Bomben fliegen? Ich kann mich nicht erinnern. Hm, nein. Nein, nicht für eine stinknormale Kiste. Ach, ich hatte im letzten Part das Squeezy, richtig? Was ist das denn? Na, einmal aufheben. Lauter Bombenzeug? Ernsthaft? Na gut, Spiel. Wie du meinst. So, John. Geheimraum. Wow. Was ist das denn? So ein einzelnes Vieh? Wow. So gefährlich. Oh mein Gott. Achso, jetzt kommen auf einmal die ganzen Schlüssel, oder wie? Boah. Ja, mehr Geld. Noch mehr Geld. Ja, schön. Okay, ich möchte die Knobbels bitte zuerst ausschalten. So, komm ich hier. Da. Oh, bitte sterbt einfach. Möchte ich wirklich in den Shop? Das ist doch hundertprozentig Greed jetzt drin. Das ist doch immer mindestens einmal im Run im Shop. Ja, komm, du kannst auch sterben gehen. Danke. Ja, hi Greed. Mensch. Ich habe lange nicht gesehen. Ich hätte dich gar nicht erwartet. Wie geht's denn? Hm? Du siehst nicht besonders glücklich aus. Oh, mein Steam sale. Wie viele Shops habe ich denn noch? Könnte sich noch lohnen. Nochmal so im Raum. Spiel, was ist los mit dir? Ist mich sehr abwechslungsreich. Au. Haute Stärke. Nehme ich. Oh, ein Bettler. Schon wieder ein Bettler. Wahnsinn. Ja, mit meinem Herzen sind mir natürlich recht. Los, gib mir was. Nimm mein ganzes Geld. Mal los. Mach'n HP ab. Ja, nehm' ich. Da unten ist der Puss. Ich glaube, ich habe in der letzten Ebene vergessen, den Supergeheimraum zu suchen. Kann das sein? Aber hier könnte ich ihn wieder suchen. Ich habe hier genug Bomben. Wieso habe ich ihn nicht da drüben gleich gesucht? Mensch. Wo ist jetzt extra noch mal hin? Könnte hier sein? Nein. Dann könnte er hier links sein. Auch nicht. Hm. Er könnte, er könnte da rechts, wo das Herz ist, könnte er sein. Unterhalb. Ja. Schass das? Ja, natürlich. Nehme ich alles? Ganz viel Zeug. Mom's Pearl. Naja, das heißt gar kein Trinket. Cancer wär's jetzt, Mensch. Gib mir Cancer oder so. Noch eine Karte The Moon für Geheimraum. Nö. Will ich nicht. Habe Herzen nehme ich natürlich gern. Noch eine Karte The Handman brauche ich nicht. Nein. Die möchte ich mitnehmen, bitte. Ich möchte gerne noch ein bisschen spielen. Besseres Trinket wär super. Nein, das ist kein besseres Trinket. Mensch. Nein, ich bin nicht raus. Bitte gib mir irgendwas Tolles. Oh, Cancer. Cancer und Stärke. Ich danke dir. Stirb. Boom. Oh, eine Pille. Möchte ich sie nehmen? Ich nehme sie mal. Balls of Steel. Wow, Spiel. Du hast mich gerade total lieb, oder? Ich bin begeistert. Ich denke, ich schaff's zu Mom. Wow. Nein, 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 nicht schießen. Und noch haufenweise Schlüssel. Die Trinkets kann ich auch mal alle mal aufheben, denke ich. Ich weiß nicht, ob die zur Collection zählen. Ich glaube, ja. Ach Gott, ihr wieder. Ihr seid solche Stalker, geht weg. Nein. Nein. Ich sag doch, mir fehlen Spectre Tears. Ein halbes Herz. Nein, leider wieder kein Small Rock. Schade. Aber immerhin Cancer. Das Ganze sieht jetzt schon ein bisschen besser aus. Au. Kann man sich jetzt von so einem rollenden Gedärm treffen lassen? Hallo? Schadens-Upgrade wäre es definitiv. Wow. Mehr Bomben, mehr Geld, mehr alles. Ja, natürlich. Klar, du warst in der letzten Ebene nicht da. Dafür musst du mich natürlich jetzt trollen. Monster, bitte. Wir können aber alles reden. Monster. Wieso bekomme ich den Glitch nicht hin? Dass ich ihn hier zum... ...dessen Smokens-Tutten-Hunderttausend-Fliegen gezahlt. Oh. Wieso bekomme ich das nicht hin, den zu triggern? Na gut. Dann eben so. Dann eben auf die weit hergebrachte Weise. Ja, genau. Hüpf auch noch an dem... Na, da sind die Bomben-Ding vorbei. Monstru-Bitze. Range-Up. Ja, das ist natürlich toll in Verbindung mit... ...dem Kohle-Stück. Ich glaube, ich hatte alles, oder? Oh, da hat er ein Blümchen und bekommt ein... ...All ins Gesicht. Okay, da ist schon mal ein Arcade. Spiel, du bist so ein Witzbold. Mehr Geld. Geheimraum. Noch mehr Geld. Das ist ein Geld- und Bomben-Run, oder? Schau, erst mal hier runter. Oh mein Gott. Bitte, 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 bitte. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich hasse euch so sehr. Die blöden Masken und Herzen und... Er fällt gerade auf, ich hatte noch keinen der Reiter. Kann das sein? Ich vermisse irgendwie Reiter plus mein Book of Revelations und so... ...und Meat Boy und überhaupt. Vielleicht kommt es daher, dass ich so wenig Items und Secrets habe. Ja, in den Shop-Greet hatten wir ja erst... Was ist das denn, bitte? Ernsthaft? Nein. Hier... Oh Gott. Das ist überhaupt nicht chaotisch, nein. Kommt schon, geht sterben. Bitte. Schlüssel könnte ich mal wieder brauchen. Oh Gott. Nein, nein. Geht einfach weg. Mehr Bomben, dann kann ich auch gleich den Supergeheimraum suchen. Nein. Kann der hier noch dran sein? Hm, möglicherweise... Oh nein. Fistulan verbinden mit diesen... Mit diesen blöden Spitzbeinen. Oh, das Pinkie-Ei, das wäre natürlich auch toll, wenn ich jetzt Moms Purse hätte. Könnte ich das Pinkie-Ei und Cancer mitnehmen. Habe ich die richtig platziert? Boom. Gut. Da unten könnte das... Ach, schon wieder Fistular. Wow. Nein, ist auch überhaupt nicht chaotisch. Aber wenn ich alles maden werde, dann könnte ich mich da auch in der Mitmutze positionieren. Wow. Okay, weil so wenig maden traut ich mich auch nicht mehr in die Mitte zu stellen. Ein Spielautomat... Arcade... Nein. Ja, gehen wir wieder zocken. Ich weiß, ein Glücksspiel kann süchtig machen und so. Das tut's auch. Oh, der Ziegenhof ist ja auch toll. Mensch. Schade. Das Kackehäufchen hätte ich jetzt tatsächlich gern gehabt. Ähm. Ja, wie klingt das denn? Aber das Kackehäufchen hätte ich jetzt tatsächlich gern gehabt. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der sowas jemals gesagt hat. Oh mein Gott. Oh wow. Nein! Wegen dem blöden Kinderherz. Ja, vielleicht bekomme ich das Blood back. Das wäre sehr schön. Und du könntest mir noch Herzen geben. Ja, genau, Herzen. Oh. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du mir Herzen gibst. Nur weil ich dir das sage, dass du es mir geben sollst. Hm. Das kannst du mir auch geben. Wow. Die hören heute alle auf mich, oder wie? Das ist ungewöhnlich. Was ist heute los, Spiel? Vielleicht bekomme ich hier noch ein paar Herzen. Komme ich noch ein paar Mal an die Blutspende-Maschine. Ja, Schlüssel ist auch recht. Danke. Was habe ich denn heute für ein Glück? Und dann kommt noch ein Herz oder so. Eine Pille möchte... Lack ab. Wow. Okay. Gut. Ich glaube, wir hätten das mit dem Glück geklärt. Oh, was bist du? Jetzt habe ich schon zwei... Pretty Fly. Haha. Wo sind die ganzen bösen Pillen? So, Hearthdown und Tearsdown und... Oh, wow. Necropolis. Kommt jetzt Mom? Nein. Ich wollte... Ich wollte das weiße Herz nicht aufheben. Wenn ich jetzt in die Blutspende-Maschine gehe, dann... Würde ich das als erstes verzocken. Mist. Aber gut, das finde ich wahrscheinlich sowieso gleich los. Ja. Okay, ich glaube, ich gehe erst mal und gucke, wie viele Herzen dann im Endeffekt übrig bleiben auf der Ebene. Wo ich nochmal spielen gehe. Es ist noch ein blauer Stein, Mensch. Wieder eine Chance auf den Small Rock. Mehr Schaden... Mehr Schaden könnte nicht schaden. Ja, genau. Was für ein Satz. Außerdem zieht sich so eine Menge die Bomben hier nicht. Oh, schade. Und vier blaue Steine hatte ich jetzt insgesamt in dem Run. Vier? Vier blaue Steine. Uh, der Small Rock drin. Wow. Na, stirb bitte, stirb, 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 stirb. Okay. Nein. Nein. Na gut. Das zieht tatsächlich da etwas einfacher aus dem Masken hier nicht rüberkommen. Missing Page. Nein, danke. Bomben, natürlich. Ich glaube, ich hatte im Stachelraum das jetzt nie was Nützliches. Das hebe ich auch mal auf. Ich glaube, ich kann vor diesem Boss den Part schon wieder beenden. Wow. Hm, ich hoffe, ich bin jetzt nicht vom Mom. Ein Bettler. Okay. Nimm mein Geld. Gib mir was ganz tolles. Schadens Upgrade oder so. Doch nicht sowas. Don't spill it. Ja, genau. Ich glaube, ich gehe noch den Supergeheimraum suchen und werden dann tatsächlich den Part. Das ging schnell. Flat Penny. Nein, ich möchte gern Cancer behalten. Gut, ja. Leider nicht viel geschafft. Aber das wird beim nächsten Mal umso mehr. Hoffe ich, denke ich. Je nachdem, wie lang der Run jetzt noch wird. Ich habe keine Ahnung, welche Ebene das ist. Necropolis. Okay, aber dann bis zum nächsten Mal.